Einen wunderschönen Nachmittag. Ich muss sagen, ich bin so geflasht, weil ich gar nicht glauben kann, wie viele Menschen zu dieser Ringvorlesung gekommen sind. Deswegen ein herzliches Danke von unserer Seite. Es ist überwältigend, dass man den Zahn der Zeit trifft. Es ist aber deprimierend, dass wir den Zahn getroffen haben. Also dementsprechend Danke an Sie. Danke, liebe Anita, lieber Max, für das Möglichmachen. Ohne Anita Ziegerhofer wäre das definitiv nicht in einem halben Jahr geschehen, sondern wir hätten das Jahr 2030 und würden rechtshistorisch zurückblicken, was sozusagen in den Jahren 2020, 2025 los war. Deswegen herzlichen Dank, dass ich heute starten kann mit einem Thema, das mich und meine Kolleginnen besonders seit 2019 begleitet. Und wo wir als Juristinnen an sich eher das Juristische prüfen und nie hinten nachgeschaut haben, was hat das für eine Dimension, wenn man Hasspostings bekommt? Was hat das für eine Dimension für eine Gesellschaft, wenn das Internet genau Hass und Hetze dementsprechend begünstigt? Deswegen der heutige Vortrag, Massenradikalisierung in sozialen Netzwerken. Ich werde ein Potpourri an Hasspostings zeigen. Deswegen bitte hoffentlich nicht getriggert sein. Ich habe die Sanftesten ehrlich gesagt ausgesucht, im Sinne von, dass man sich vorstellen kann, mit welchen Memes, mit welchen Videos, mit welchen Bildern wird eigentlich Radikalisierung begünstigt? Und mit was müssen wir in unseren Köpfen rechnen und was bleibt auch bei uns? Deswegen danke fürs Dasein und sozusagen danke auch für die Möglichkeit, dass wir dann gemeinsam diskutieren. Radikalisierung an sich ist sozusagen nichts Schlechtes. Also von dem her, man kann radikal sein, man kann radikale Ideen haben. In der Geschichte hat es bewiesen, dass sozusagen radikale Vordenker und Denkerinnen natürlich gewisse Systeme begünstigt haben und sozusagen Revolutionen ausgebrochen sind. Deswegen ein wenig sozusagen zum Gedanken mit Gang ist, sozusagen radikal an der Wurzel packend, lösend für sozusagen ein Umdenken. Und deswegen sollten Radikalisierungsprozesse an sich kein Thema sein. Also auch das ist erlaubt. Die Frage, die sich heute stellen wird und die ich gerne mit Ihnen diskutieren wollen würde, ist, na wie radikal dürfen wir sein in einer liberalen, demokratischen Gesellschaft? Und was sind die Feinde unserer Gesellschaft? Wo müssen wir die Grenzen einziehen? Was ist nicht mehr erlaubt? Und wo fängt Extremismus an? Deswegen ein wenig sozusagen zur Definition selbst. Der Prozess an sich, der dann jahrelang dauert und ganz unterschiedliche Indikatoren und Faktoren umfasst, bei jeder Biografie ziemlich unterschiedlich. Das ist nämlich die Herausforderung der jetzigen Zeit, dass wenn man sich Täterbiografien angesehen hat, so in den letzten fünf Jahren, dass die Biografien sehr abgewichen sind. Früher war es der Unmut, die Frustration, Verlierer in der Gesellschaft gewesen zu sein, aufzubegehren. Heutzutage ist es eine große Bandbreite an Faktoren, warum Menschen sich radikalisieren und warum sie denn auch sozusagen in diese extremistischen Strömungen eintreten und auch Gewaltbereitschaft zeigen. Melinda Tamasch hat einige dieser Faktoren aufgezeigt im Sinne von, was kann eventuell ein Thema sein, warum man sich radikalisiert und sozusagen hat insbesondere diesen Weltveränderungswunsch hervorgebracht. Weltveränderungswünsche habe ich persönlich auch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das ist an sich ja nichts Schlechtes. Es ist nur die Frage, mit welchen Mitteln will ich zu einer Weltveränderung beitragen. Auch die Sinnsuche und die Identitätssuche, die natürlich besonders Pubertierende haben. Also gerade Teenager, die vielleicht noch nicht wissen, wo sind sie angekommen, sind sie in der Gesellschaft willkommen, wo ist mein Weg sozusagen, finden sich in dieser Identitätskrise sehr oft. Aber ich glaube, wir haben in der Corona-Zeit gesehen, es ist nicht nur die Identitätskrise der Teenager, sondern es ist auch die Identitätskrise von einem selbst. Das heißt sozusagen, das Alter ist unbeschränkt. Marginalisierungen, Rassismus-Erfahrungen, Perspektivenlosigkeit, das waren immer schon Faktoren, die Radikalisierung und Extremismus begünstigt haben. Ich darf hier Professor Müllbacher, der am Ende dieser Ringvorlesung zu den Staatsverweigerer, Staatsverweigerinnen vortragen wird, ein tolles Zitat nennen. Und ich kann Ihnen nur recht geben, sein Zitat war, Extremismusprävention gelingt nur durch eine gute Sozialpolitik. Also sozusagen ökonomische Verhältnisse auszugleichen, dementsprechend aufeinander zu schauen. Fehlen einer Bezugsperson, familiäre Krisen, also wie Sie sehen, sehr viel an Faktoren, die sein können. Frühkindliche Gewalterfahrungen, auch das ist etwas, was in der Forschung Eingang findet. Kinder und Jugendliche, die Gewalt in der Familie erleben sozusagen, die sich dann auch Gewalt aneignen und glauben, auch so weiterzukommen. Die Radikalisierungsspirale an sich, also wie findet es statt, also von dem her an sich radikal zu sein, wie gesagt, ist noch nichts Schlimmes und auch nichts Strafbares. Aber sozusagen, wie die Radikalisierungsspirale und gerade in den sozialen Netzwerken sich darstellt, ist gerade diese Diskriminierung, Marginalisierung von Gruppen zu Hassaufrufen. Hetze dämonizieren natürlich von Minderheitengruppen bis hin zum Schluss mit Gewalt. Und gerade dieser Gewaltbereitschaft und dieser Gewaltaufruf bringt sozusagen unsere Gesellschaft ins Wanken im Sinne von, dass das Sicherheitsbedürfnis natürlich ein großes ist und die Angst davor, was passieren könnte und ob sozusagen Attentate etc. verübt waren, ein großes Interesse daran herrscht, das abzustellen. Dass das das vordergründigste Interesse ist von Extremismusforschung, können Sie sich vorstellen. Aber um genau hinter die Fassade zu schauen und um sich mit der Gesellschaft an sich zu beschäftigen, das ist das Wesentliche in der Extremismusforschung, um wirklich Prävention leben zu können und sozusagen jeden auch Teil der Gesellschaft sein zu dürfen. Für die Radikalisierungsspirale, wie vorher auf dem Bild gezeigt, ist Hass und Hetze ein sehr probates Mittel. Nelson Mandela hat in seinem Zitat gesagt, niemand wird mit Hass geboren, Hass wird erlernt und wenn Hass erlernt werden kann, dann kann man sozusagen auch lernen zu lieben. Ich gebe Ihnen recht, wir leben aber momentan in einer Zeit, wo soziale Medien genau diesen Hass begünstigen. Wir werden mit Memes, mit Videos, mit Fotos, die zu Gehass aufrufen, die sozusagen geschickt und gekonnt Sachen verbergen, mit lustigen Memes, wo man sozusagen humorvoll etwas weiterleitet gegen eine Gruppe, dementsprechend instrumentalisiert. Und Katharina Scherke, Professorin für Soziologie auf der Uni Graz, hat dazu einiges an Forschung betrieben und sozusagen steht dankenswerterweise auch der Extremismuspräventionsstelle zur Verfügung und hat sozusagen auch diesen Hass definiert und meint, Hass ist etwas sozusagen das Gefühle, das wir unter anderen erzeugt. Das heißt, wir separieren. Wir sind eine Gruppe und die anderen sind eine Gruppe. Wir dämonisieren, wir entmenschlichen dadurch und Hass wird dann als probates Mittel und als Rechtfertigung, um Dinge zu verüben, die man wahrscheinlich nicht verübt hätte. Schaut man sich Bürgerkriege an, sozusagen in der Geschichte seit 1945, weiß man, dass Hass und Hetze und gerade diese Propaganda ethnische Minderheiten auf sich losgehen lassen hat. Unser Nachbarland oder Nachbarländer sozusagen in Südosteuropa haben, glaube ich, auf sehr schreckliche Art und Weise bewiesen, was mit Hass und Hetze mit Nachbarn passieren kann, wie schnell sozusagen jemand zur Minderheit deklariert wird und sie das erinnern. Die institutionalisierten Stereotype, sagt Katharina Scherke und Vorurteile, die führen zu dieser Abneutung und Marginalisierung. Wir kennen das aus der Antidiskriminierungsstelle, weil 2015 mit der Flüchtlingsthematik eigentlich die meisten Postings gekommen sind gegen Flüchtlinge und gegen Asylwerbende. Dort wurde beschrieben, dass es eine Naturkatastrophe ist, also von dem es wäre eine Flut an Migranten, Migrantinnen bis hin sozusagen einem Missbrauch. Wir sahen aber dann mit 2018, dass die Themen viel breiter waren. Es war nicht mal das Thema Asyl und Flucht, sondern der Hass verbreitete sich auf andere Gruppen. Und die werden gerne darauf eingehen, dass natürlich sozusagen Hass, der gelernt wird, auch auf andere Gruppen projiziert werden kann. Diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die ich sozusagen bei Sexismus, Homophobie genauso einlang findet, zeigt euch deutlich, dass das an sich die Grenze sein sollte für eine liberale, demokratische Gesellschaft, wo man sagt, das ist nicht mehr tolerierbar. Man kann gerne radikale Gedanken haben. Man kann Gedanken haben, die Welt zu verändern. Aber in dem Moment, wo man menschenfeindlich wird, ist sozusagen die Grenze erreicht. Und hier sozusagen soziale Medien und Hass, also von dem her gerade diese verbreitete Hassäußerungen, Memes, Sie werden das sicher selber kennen, sind eigentlich ausschlaggebend dafür, das sozusagen im Algorithmus, das so wirkt, dass man immer mehr von diesem Hass sieht und sozusagen immer mehr bekommt. Das Problem dabei ist, wenn man sich mal in dieser Spirale befindet und nicht sozusagen reflektiert genug ist, die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass man in diese Falle tappt. Ich darf die Corona-Zeit ansprechen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Also man hatte manchmal das Gefühl, manche waren selbsternannte Virologen und Virologinnen, die anderen sozusagen waren schon in Verschwörungsmythen unterwegs. Und wenn man irgendwie dachte, es gibt noch eine Mitte, hat man auf einmal keine Mitte mehr gefunden, weil die Diskussion sehr polarisierend war und sozusagen auch die Feeds und Posts, die sozusagen verbreitet wurden, eigentlich in diesen beiden Richtungen wirkte. Damit verlieren wir als Mitte und Julia Ebner, die das Buch Massenradikalisierung geschrieben hat, das ich sehr empfehlen kann, sagt, die Mitte wird sozusagen von den äußeren Rändern, von den extremistischen Strömungen instrumentalisiert und die Mitte merkt auch nicht, dass sie extremer und radikaler geworden ist. Das sozusagen bringt natürlich ein gesellschaftliches Klima mit sich, dass wir, glaube ich, alle ein wenig spüren, wo man sich fragt, kann das sein, dass sozusagen Menschen anders denken oder sozusagen man überhaupt die einzige Person noch im Raum ist, die irgendwie vielleicht keine Meinung zu gewissen Sachthemen hat. Also diese Aneignung von Meinungen, von Hass, von Hetze geht so rasant vor sich, dass sie sich in allen Themen wiederfindet. Und das Spannende ist, der ÖMPC und der ABÖ haben vor ein paar Jahren verlauten lassen, sie brauchen eigenes Personal für die Forenbetreuung, weil wenn es um E-Autos geht, die Foren über Hass und Hetze sozusagen übergehen, weil sozusagen die eine Seite die E-Autos-Befürworter und Befürworterinnen, die sozusagen das auch als grüne Politik sehen und die anderen, die dagegen wettern und die den Verbrenner noch haben wollen, sondern die sagen, es geht so menschenfeindlich zu, dass sie dann die Foren stoppen müssen, abschalten müssen. Und das würde man sich natürlich beim Autoclub nicht denken. Aber genau das ist die Frage, sozusagen extremistische Strömungen sind gerade dabei, in alle Bereiche unseres Lebens einzudringen und dementsprechend zu schauen, dass sie die Meinungen auch weiter verbreiten, auch dort, wo man sie nicht sehen würde. Julia Ebner schreibt, es gibt eine MomCare, ähnlich wie die Grazer Mamas oder so, ein Forum auch in England, sozusagen ähnlich wie bei uns. Eigentlich tauscht man sich um eine Kinderbetreuung aus, über welche Schule ist die beste, was soll ich tun, wenn mein Kind auffällig ist, gemobbt wird, etc. Und auch in diesen Foren, sozusagen, wird auf einmal verbreitet, man sollte zwei Jahre lang stillen, man sollte zu Hause bleiben, etc. Es wäre sozusagen genehm, dass Frauen überhaupt zu Hause bleiben, weil die Familie dadurch zusammengehalten wird und die Scheidungsrate zurückginge. Also von dem her sehr konservative Strömungen, die an sich erlaubt sind. Aber wenn man nicht weiß, im Hintergrund, was die Idee ist, könnte es sein, dass man nicht mitbekommt, was es sein könnte. Hier auch das Buch von Julia Ebner, das ich wirklich, sozusagen, ans Herz legen kann. Ich bin ein großer Fan von ihr. Erstens, und ich bin selten patriotisch und nationalistisch, erstens, weil sie Österreicherin ist. Und eine Österreicherin, die es geschafft hat und den Mut gehabt hat, in sehr jungen Jahren, sie ist, glaube ich, momentan 34 Jahre alt, in die dschihadistische und rechtsextreme Szene unterzutauchen und Informationen zu bekommen und diese zu veröffentlichen, im Sinne von, wie ticken diese Extremisten, Extremistinnen, was denken die und was haben die vor mit unserer Gesellschaft. Und in ihrem dritten Buch, die Massenradikalisierung, wo sie beschreibt, wie die Mitte von den Extremisten beherrscht wird, und sozusagen, dass viele Symbole und die Sprache und Verschwörungsmythen die sich momentan auftüren, früher am Rand der Gesellschaft waren. Das waren ein paar Leute, die sich zusammengetan haben, früher vielleicht in irgendeinem Gasthaus oder sozusagen in einem kleinen Freundeskreis, die aber sozusagen durch die Verbreitung in den sozialen Medien Mainstream geworden sind. Und dafür waren sie. Und auch sozusagen, dass der politische Diskurs dadurch sehr beeinflusst wurde. Warum sozusagen die sozialen Medien diese Tragweite haben, ist, naja, früher, wenn man sich 20 Jahre früher überlegt, wenn man etwas wollte, musste man eine Tageszeitung finden, um eine Million Leser, Leserinnen anzusprechen, die sich für das Thema interessiert, oder man musste viel Geld in die Hand nehmen, um sozusagen seine Botschaft auch über Werbeplakate etc. an den Mann und an die Frau zu bringen. Das ist heutzutage mit sozialen Medien sehr einfach. Und das Problem dabei ist, dass die Netzwerke mittlerweile nicht lokal oder national sind, sondern sehr international. Das heißt, diese internationalen Netzwerke tauschen sich gegenseitig aus, verwenden auch gleiche Memes und sozusagen lernen voneinander. Und mein besonderes Erlebnis war, als die Ben Hate App 2017 startete, dass mit dem Attentat in Neuseeland wir zwei Monate vorher ein Meme bekommen haben, wo ein Kreuzritter mit Schwert und blutüberströmten Mantel auf diesem Meme zu erkennen war. Und ich habe mir gedacht, aha, ja, keine Ahnung, Kreuzritter, irgendwo, also komisch. Ich habe mir das gemerkt, weil es irgendwie komisch war. Also im Sinne von mir war klar, das war der Aufruf der Christen gegen die Muslime, also von dem her noch diese Kreuzzüge etc. Und zwei Monate später, als ich Zeit im Bild schaue, sehe ich, dass der Attentäter, bevor er das Attentat verübt, genau dieses Posting veröffentlichte und dachte, woher gibt es eine österreichische Verbindung mit Neuseeland? Später ist man ja draufgekommen, dass Martin Sellner von den Identitären ja einen guten Kontakt pflegte. Also man merkt, diese internationalen Netzwerke sind sehr wohl da. uns zu sagen, sie können sich ja ganz schnell austauschen und Informationen weiter verbreiten. Ja. Ein Thema, das sich extremistische Strömungen zunutze gemacht haben, war die Idee, dass man gesagt hat, wie viel muss man investieren und wie viele Menschen muss man überzeugen, um sozusagen die eigenen Ideen an den Mann und an die Frau zu bringen. Und hier ein sehr einflussreiches Buch von Erika Chventwo und Maria Stephen. Also so auf die Art im Sinne von wie viel Bevölkerung braucht man, um sozusagen auch massentauglich zu sein mit Why Civil Residence Works. Und sie haben die These entwickelt, über die Geschichte hinausgetragen, man braucht nur dreieinhalb Prozent, sozusagen die sich für die Ideen begeistern. Damit schafft man eine Bewegung und sozusagen kann mobilisieren und die Geschichte verändern. Dreieinhalb Prozent sind sehr wenig, wenn man sich das bedenkt. Ich glaube, wenn man sich Wahlen anschaut, Politiker, Politikerinnen, die sind, also bei dreieinhalb Prozent würde sich niemand denken, dass man das machen kann. Das ist aber sozusagen auch die Idee von Extremisten, Extremistinnen, genau diese Gruppen zu finden und so breit wie möglich zu streuen. Die Kommunikationsstrategie und Julia Ebner schreibt in ihrem Buch auch zur Kommunikationsstrategie, wir dürfen nicht vergessen, dass wir als Gesellschaft in Wahlperioden denken oder unsere Regierungen. Unsere Regierungen denken auf vier oder fünf Jahre hinaus. Selten gibt es eine Strategie, die vielleicht 2050 heißt oder 2060, aber Extremisten, Extremistinnen haben einen längerwierigen Plan. und sozusagen Julia Ebner schreibt, dass die dschihadistische Szene und rechtsextreme Szene eigentlich einen 20-Jahres-Plan hatten. Dieser 20-Jahres-Plan ist mittlerweile schon am Ende. Von dem her darf man gespannt sein, sozusagen, was die nächsten Pläne bringen. Aber warum ich das erwähne, ist, dass sozusagen, um einen Prozess zu starten und dreieinhalb Prozent der Bevölkerung zu bekommen oder mehr, ist es sehr gut, das auf lange Zeit anzusetzen und langsam sickern zu lassen. Und dementsprechend sozusagen ist die Kommunikationsstrategie folgende, dass sozusagen die Verstärkung der sozialen Spannungen, der gesellschaftlichen Spannungen, sozusagen mit emotionalen Reaktionen. Und ich glaube, das kennt jeder und jede von uns, dass bei gewissen Diskussionen man denkt, warum ist jetzt so emotional geworden? Aber sozusagen auch diese Fokussierung auf die eigenen Emotionen und weniger Sachlichkeit und sozusagen auch eine starke internationales Netzwerk und Mediensysteme, nämlich Mediensysteme, die nicht Mainstream sind, sondern eigene Mediensysteme aufzubauen. Und ich darf verraten, dass doch einige Politiker, Politikerinnen, wenn man ein bisschen in Europa schaut, ja eigene Kanäle, YouTube-Kanäle oder eigene Fernsehsender mittlerweile haben und dementsprechend auch ihre Botschaften verbreiten. Sie sprechen nämlich in der letzten Stufe, wo wir noch nicht angelangt sind bei diesem 20-Jahres-Plan vom Stellvertreterkrieg. Das heißt, Sie glauben daran, dass es einen Krieg geben wird zwischen liberalen Ideen und illiberalen Ideen und die Frage ist, wer obsiegt. Wenn man sich die Rede von Wladimir Zelinski im US-Kopetol angeschaut hat, weiß man, dass er nicht nur vom Krieg in der Ukraine gesprochen hat, sondern genau das anspricht und sagt, Europa und der Westen muss seine Werte verteidigen. Warum das kommt und warum sozusagen die extremistischen Szenen auch aufmunitionieren, zeigt auch, dass internationale Konflikte sehr wohl mit uns auf lokaler und nationaler Ebene zu tun haben und dementsprechend auch auf dieser Ebene ausgetragen werden. Ich nenne nur ab und zu, wo ich jung war, habe ich nicht einmal gewusst, wo welches Land genau ist. Heutzutage glaubt man, dass Leute sich sogar geschichtlich schon mit jedem Land befassen, sozusagen, wo Krieg herrscht oder was gerade ein mediales Interesse weckt. Aber sozusagen, auch das etwas, wo man merkt, auch das wird gestreut, um sozusagen mit Live-Ticker, mit sozusagen Live-Videos zu zeigen, was da vor Ort ist. Gerade der Gaza-Konflikt zeigt sehr gut, was hier gemacht wird. Und sozusagen, wenn man, wenn ich in die Runde fragen würde, was ist im Sudan los, würden wahrscheinlich die meisten sagen, eher weniger Interesse oder Information, weil sozusagen der Blickwinkel auch, dass die sozialen Netzwerke an bestimmte Konfliktorte und Kriegsorte gebunden ist. Nur zur Info sozusagen, falls jemand sie noch nicht kennt, die Ben-Hate-App mit 2017 und ein großes Danke an meine lieben Kolleginnen, die sozusagen das tagtäglich bearbeiten, nämlich wir haben gedacht, und das muss ich sagen, so naiv war ich 2017, 2018, wenn man Hassboostings bekommt, dann zeigt man die an und dann ist das Problem erledigt. Also von dem her, der Hassbooster kriegt eine Strafe und damit ist die Situation erledigt. Wir haben aber mittlerweile eine Fülle von Hassboostings und wenn man sozusagen sich damit beschäftigt, also mit 2023 18.583, wir sind aber jetzt fast bei 20.000, was man merkt ist, na, es ist nicht der Herr Mayer und der Herr Müller von der Obersteiermarkte, die diesen Hass sehen, die liken das vielleicht oder sozusagen schreiben was drunter, aber sozusagen im Hintergrund wird mobilisiert, wird auch eine Strategie entwickelt, wie sozusagen es an den Mann und an die Frau kommt. In der Statistik sehen Sie, dass die Jahre in der Corona-Zeit einen Anstieg an Hassboostings bewirkt haben. Natürlich, sehr viele waren zu Hause, waren auch in den sozialen Netzwerken unterwegs, aber auch die Extremisten, Extremistinnen wussten, dass sie genau das nutzen und dementsprechend ist auch bei uns die Hassboosting-Meldung sozusagen hochgegangen. Im ersten Moment haben wir gehofft, es fiel nicht ein sozialer Frieden und Solidarität statt. Das war, glaube ich, mit April dann zu Ende und sozusagen diese Propaganda, die sich dann aufgetan hat und die auf allen Ebenen wirkte, hat gezeigt, dass der Vertrauensverlust in die Gesellschaft, in Institutionen und in die Demokratie dementsprechend auch stattgefunden hat. Gewaltvolle Inhalte nur als sozusagen Thema. Wir waren sehr erschüttert, als wir gesehen haben, dass in den sozialen Netzwerken zu Gewalt aufgerufen wird. Und wir haben damals sozusagen auch öffentlich geäußert, dass wir Sorge haben, dass das, was in den sozialen Medien passiert, sich langsam auf die reale Welt überträgt und sozusagen dementsprechend auch Hassbotschaften an die Bevölkerung getrieben werden, also Hate Crimes an gewisse Minderheiten, aber auch sozusagen Polizeiinspektionen, Zeitungen bis hin zu Politiker, Politikerinnen attackiert werden können und Gewalt verübt wird. Ein gutes Beispiel, das ist danach passiert, leider die Erstürmung des Kapitols, also von dem her, wo genau das sich sozusagen zur Radikalisierung geführt hat und auch leider sozusagen in der realen Welt sich niedergeschlagen hat. Eine Bürgerkriegsspezialistin in den USA behauptet, dass sie Sorge hat vor den US-Fahlen jetzt, wie sie ausgehen, weil sie glaubt, dass diese Radikalisierungsspirale, die sich damals schon aufgetan hat und die zur Erstürmung des Kapitols geführt hat, nicht weniger geworden ist und dementsprechend es Auswirkungen nach haben könnte auf die US-Gesellschaft sozusagen, was nach den Wahlen sein wird, ob man das Wahlergebnis akzeptiert, ob man sozusagen sich gewaltvoll auch sozusagen dementsprechend die Macht erringt. Auch das sind Thesen, die sozusagen hoffentlich nicht in Erfüllung gehen, aber zeigen, wie angespannt die Situation ist. Und jetzt leider zu unseren Hass-Postings, die wir bekommen und die ich Ihnen kurz nur zeigen will, nämlich etwas, was sozusagen ein Herzensthema von mir ist und dankenswerterweise ist Dr. Anderwald von der jüdischen Gemeinde auch heute da, der nämlich einer der Ersten war, der immer gesagt hat, auf das muss man besonders aufpassen, weil das Thema ist in der Wurzel in der Gesellschaft drin und es ist nur die Frage, wie viel Hass und Hetze man sieht, um sozusagen das zu beflügeln. Leider sozusagen ist Antisemitismus auch eine Querschnittsmaterie in allen extremistischen Strömungen und momentan durch den Gaza-Konflikt erlebt man sozusagen, dass die linksextreme Szene auch auf diesen Konflikt sich aufsetzt und dementsprechend auch die Juden als Elite sieht, also sozusagen die Reichen, die die Welt beherrschen und Weltverschwörungsmythen in das Land seht, bis hin zum christlichen Antisemitismus mit den Ritualmorden etc., die sozusagen damals im Mittelalter propagiert wurden, bis hin dann auch zu Holocaust-Leugnungen, die eigentlich zeigen sollen, dass das alles nicht passiert ist, dass das eine Erfindung ist und dementsprechend alles gar nicht so schlimm ist. Also was man merkt bei Antisemitismus und danke lieber Dr. Anderwald für eine wirklich geschichtsträchtigen Vorträge, die ich bis jetzt genossen habe, zeigt sich gut sozusagen, wie schnell eine Gesellschaft auch antisemitisch wird oder schneller antisemitischer wird und wie schnell sich das verbreitet. Momentan natürlich sozusagen mit dem Gaza-Konflikt ist die Frage, ob man Israel sozusagen dafür haftbar macht, aber sozusagen auch Juden und Jüdinnen in ganzen Europa, die sozusagen das austragen müssen und die Feindbilder Nummer eins sind, nämlich von Hassverbrechen und dementsprechende Angst, die sie sozusagen hier erleben. Etwas sozusagen, was einhergeht mit Antisemitismus, aber den Rassismus auch sehr beflügelt hat, ist die These und die sich mittlerweile seit 20 Jahren verbreitet und glaube ich mittlerweile im Westen angekommen ist, des großen Austausches. Wir Weißen unter Anführungsstriche würden aussterben und es wäre ein Plan im Hintergrund, dass man sozusagen die weiße Rasse unter Anführungsstriche bitte auslöscht, also das etwas, was sich verbreitet und was aber Angst erzeugt. Und wenn man sich Wahlergebnisse anschaut und sieht sozusagen, wie groß die Fremdenfeindlichkeit ist, merkt man, dass in den sozialen Medien genau auf diese Emotionen gesetzt wird, nämlich, dass man Angst hat vor dem Fremden und auch vor den Menschen, die kommen. Und 2015, 2016 war leider genau der Nährboden, der genau das zutagebrachte. Man sozusagen hat sich auf das fokussiert und dementsprechend verbreitet. Und sozusagen, es ergab 2022 in den USA und mittlerweile auch für Großbritannien die These, dass es sozusagen auch keine Amerikanerinnen geben wird, weil das absichtlich sozusagen ersetzt werden. Und in Großbritannien verbreitet man die These, dass mit 2060, 66 es keinen Engländer, Engländerin mehr geben wird. Also man merkt, mit welchen Daten, Fakten, Verschwörungen dementsprechend operiert wird. Eine Reaktion, die es auf Black Lives Matter gegeben hat und die zeigt, wie schnell auch extremistische Gruppen dabei sind, das zu nützen für sich, war sozusagen der sehr tragische Tod von George Floyd und sozusagen die sofortige Reaktion, dass nicht nur Black Lives Matter zählt, sondern All Lives Matter oder White Lives Matter gegründet wurde und sozusagen in die Welt gestreut wurde. Also bei uns in den Hass-Postings sehr viele, die dann solche Postings bekamen, wo die Österreich-Flagge drin war, etc., wo man gesagt hat, naja, aber jedes Leben zählt, warum sozusagen ist die Anti-Rassismus-Bewegung jetzt so wichtig, wir alle sind wichtig, also da merkt man auch, die Bewegungen werden gegeneinander ausgespielt und auch gezeigt, dass man nicht will, dass das Thema hochkommt. Klimaaktivismus und ich habe Ihnen die Themen mitgebracht, weil es mir wichtig war zu zeigen, wo überall versucht wird, zu mobilisieren und zu radikalisieren. Klimaaktivismus etwas, das die Gemüter vor eineinhalb Jahren, ein Jahr extrem mobilisiert hat, also von dem her, wo es verschiedene Memes und Videos gegeben wird, dass jemand drüber fährt, wie sozusagen man einen Bagger am besten bedient, um sozusagen Klimaaktivisten, Aktivistinnen zu Tode zu fahren oder sozusagen auszulöschen. Und es war für uns spannend zu sehen, dass egal, welches Thema gespielt wird, man sozusagen wirklich versucht, die Emotionen bei den Menschen zu lassen und zum Beispiel, wenn sie im Auto sind und nicht weiterkommen, natürlich genau das kriegen und dementsprechend vielleicht auch draufklicken, liken, etc. Die Wahlanalyse vom Institute of Strategic Dialogue, wo Julia Ebner auch Forscherin war, hat gezeigt, dass 43 Prozent der deutschen Bevölkerung an sich Klimapolitik beführt worden, also von dem her, und das auch wichtig finden für die Politik, aber sozusagen durch die klimakritischen Posts der AfD damals sozusagen, das sich geändert hat und die Reichweite bei 237 Prozent mehr Schers war als bei allen anderen Parteien. Also da merkt man, das ist schon durch die Decke gegangen, weil es natürlich Emotionen bedient hat. Die Dämonisierung, also gerade die Entmenschlichung von Aktivisten, Aktivistinnen und sozusagen, wenn Ihnen das auffallen ist, es werden sehr schnell Namen erfunden für solche Menschen unter Anführungsstriche, also auch sozusagen ökoradikale Klimahysteriker oder sozusagen ein Wort, das in den USA Einzug gefunden hat für Feministinnen, Feminazis. Also man merkt sozusagen, wie schnell auch solche Worte und sozusagen not political correctness gelebt wird. Antifeminismus, also von dem her, was ich mitgebracht habe, was auf den ersten Blick nicht sofort erkennen lässt, dass man sich irgendwo in einer extremistischen Strömung befinden könnte, aber sehr gut zeigt, dass man das vielleicht belächelt und eventuell vielleicht irgendwann geliked hätte oder irgendwo weitergeschickt hätte. Also von dem her, diese Strauß Rosen für 60 Euro, romantisches Abendessen am Strand für 250 und dann erzählt sie mir, sich hat Kopfweh, also von dem her etwas, was sozusagen in den Netzwerken sich verbreitet hat und natürlich dementsprechend aufgesetzt wird, um aufzuzeigen, dass Frauen entweder sozusagen auch mit Tieren vergleichbar sind, Objekte sind, etc. und sich darüber lustig zu machen. Insbesondere eine Gruppierung ist aufgefallen, die mittlerweile eine sehr große Reichweite hat, vor ein paar Jahren eigentlich so die Leute waren, wo man gesagt hat, Frauenhasser, die kriegen keine Op und sozusagen deswegen ist es so ein Problem. Das sind die Insels, die aber mittlerweile einen sehr großen Einfluss haben und gerade bei Antifeminismus die treibende Kraft sind und sozusagen etwas, was bei Attentäter in Hanau und Halle aufgefallen sind, es gibt eine Hymne der Insels, ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber sozusagen, dass sich vorher reingezogen haben und dann das Attentat verübt haben, also auch diesen Frauenhass gelebt zu haben. Der oberste Gerichtsrat in den USA, das momentan ja auch Wahlkampfthema wird, gerade mit der Abtreibung, also Roguing Waite, also Recht gegen Abtreibung sozusagen abgeschafft zu haben und man merkt, dass die Emotionen sehr hoch kochen und sozusagen auch Frauenrechte, die erkämpft worden sind in den 60er, 70er Jahren, sehr schnell geändert werden können und dementsprechend auch hat es eine Möglichkeit gegeben, innerhalb von 30 Tagen sozusagen, auch sollte der oberste Gerichtshof anders entschieden haben, 30 Tage dieses Verbot in den Bundesstaaten aufrecht zu erhalten. Der oberste Gerichtshof hat so entschieden und ich war sehr erstaunt, als ich gelesen habe, dass Melania Trump sich für das Recht auf Abtreibung im Gegensatz zu ihrem Mann ausgesprochen hat. Also scheinbar sozusagen bedient man doch mehrere Wählerschichten. Nutzer von Mainstream-Pornoseiten auch etwas sozusagen, was sich zeigt und was sich erzeigt, in welchen Bereichen das Eingang findet, sozusagen auch der Sprachgebrauch, der sich dementsprechend ändert und sozusagen bedient so diese Entmenschlichung und diese Objektbezogenheit und etwas, wo man sagt, Pornos kann man relativ einfach heutzutage auch über die Social-Media-Kanäle bekommen. Also man merkt, man hat sozusagen auch Eingang gefunden in alle Lebensbereiche der Menschen. Sozusagen was die Studie des Zentrums für digitalen Hass aufgetan hat, ist, dass alle 29 Minuten ein Vergewaltigungswunsch oder Fantasie geäußert und geteilt wird. Also diese sozialen Medien genau das beschleunigen und Frauen und Mädchen dementsprechend einschüchtern. Gaming-Community, also wer das letzte Woche verfolgt hat, der Böhmermann, der die Gamerin aus Graz, sozusagen die Pia Scholz, auch dementsprechend verteidigt hat und gezeigt hat, warum das eigentlich extremistisch ist. Es ist spannend sozusagen zu sehen, dass in der Gaming-Szene man einsteigt und natürlich nicht darüber nachdenken würde, dass man irgendwie in Berührung käme mit extremistischen Positionen und Meinungen. Aber genau das ist Ausfluss dessen, dass man sozusagen sehr einfach in die Köpfe eindringt und sozusagen sehr einfach auf der Ebene das machen kann. Die Trolle waren auf die Pia Scholz dann gerückt und da merkt man auch, wie jemand fertig gemacht wird und besonders Frauen davon betroffen sind, wenn sie sich als Frauen in den sozialen Medien äußern. Hier nur sozusagen eine Umfrage dazu, Frauen in der Politik und sozusagen Antifeminismus, wie viele auch Hass schon erlebt haben in der Tätigkeit als Abgeordnete und hier 73 Prozent. Und warum das so problematisch ist, dass sehr viele Frauen nicht mehr in öffentliche Ämter gehen wollen, weil sie sich genau diesen Hass nicht aussetzen wollen und ein Silencing damit passiert. Das ist sozusagen auch die Wünsche, die man sozusagen bekommen kann, wo sozusagen entweder mit Hassbotschaften, Briefen, E-Mails oder sozusagen Postings etwas gemacht und getan wird und was sehr einschüchternd ist und genau in diese Intimsphäre geht. Ein Beispiel dafür ist Sigi Maurer in Österreich, die ja bis zum Schluss das Gerichtsverfahren gut durchgekämpft hat, aber wie viel Mut es gebraucht hat und wie viel Stärke aufzustehen und dagegen zu begehren. Und zu Antifeminismus natürlich LGBTIQ plus Feindlichkeit etwas, was extremistische Strömen fantastisch beherrschen, ist den Pride-Monat zu nutzen und dementsprechend auch extremistische Strömungen Gedanken gut zu verbreiten, genau gegen die Szene aufzubegehren, genau solche Memes zu verbreiten und sozusagen zu zeigen, dass man dagegen ist. Es wird beschrieben als unnatürlich, sozusagen würde die Keimzelle der Familie zerstören, heterosexuelle Familien wäre das Vorbild und sozusagen Kinder werden gefährdet, gerade wenn es Lesungen gibt in Schulen oder wenn Sie sich voriges Jahr erinnern an die Lesung von Transpersonen oder Drag Queens in Schulen und Kindergärten, dass hier sozusagen eine Sexualisierung der Kinder passiert und sozusagen das an Pädophilie auch greift. Also da merkt man, es wird auch mit dem Thema sehr viel versucht zu streuen, auch sozusagen an diese Emotionen anzupacken und sozusagen die Zweigeschlechtlichkeit wird als Norm verstanden und auch gezeigt, also von dem her, es gibt sozusagen auch diese Lächerlich-Machen von Boxerinnen, von Transpersonen, die bei Olympia starten, etc. auch das etwas als krankhaft und nicht normal. Religiöser Extremismus und dann komme ich schon zu meinem Ende. Religiöser Extremismus leider sozusagen aktueller denn je auch in Europa. Peter Neumann, der Extremismusforscher aus Deutschland, hat gemeint, es ist eigentlich mit einer erhöhten Terrorwelle auch in Europa zu rechnen, weil nämlich Jugendliche sich momentan über soziale Netzwerke radikalisieren und sozusagen es sehr leicht geworden ist, dass sie sozusagen dementsprechend sich zusammentun, Anleitungen bekommen und sozusagen ihren Extremismus ausleben. Er hat den Begriff TikTok-Jihadisten und ich glaube, das trifft es sehr gut, TikTok-Jihadisten auch geprägt und gemeint, wenn sie sozusagen sehr schnell Informationen haben, 24 Stunden online sind, was die meisten Jugendlichen leider heutzutage auch sind, werden sie sozusagen mit diesen Nachrichten gefüttert und sozusagen werden auch zu gewissen Konflikten gefüttert. Das heißt, sie bekommen Videos aus gewissen Konfliktländern, ihnen wird auch schockierende Bilder, Enthauptungen bis hin zu brutalen Videos auch mitgeteilt, um sozusagen diese Emotionen zu schüren, dass sie auf einer Seite stehen müssen und diese Propaganda auch verbreitet. Ich sehe gerade, der Stefan Auna ist da, der sozusagen die Vorlesung auch halten wir zu Propaganda und Desinformation, also von dem her, die ich sehr empfehlen kann, weil das auch gut zeigt, was hier passiert. Und er spricht von Algorithmizierung, nämlich sozusagen, dass Nutzerinnen erhalten dann nur mehr die Sachen, die sie schon angeklickt haben und angeschaut haben. Das heißt, ich befinde mich in dieser Eho-Kammer und Blase und sozusagen komme aus dem auch nicht mehr raus. Was das Spannende dabei ist, ist, dass die Influencer und Prediger sehr charmante, sehr tolle Persönlichkeiten sind, die natürlich sozusagen Vorbildfunktionen für Jugendliche haben. Vor kurzem habe ich erfahren, es gibt ein paar Prediger, die Mädchen erklären, man könne Kopftuch tragen von Montag bis Freitag und von Freitag bis Sonntag kann man einfach Vollgas fortgehen und kein Kopftuch tragen. Also das heißt sozusagen auch sich das zurechtzubiegen, um die Anhängerschaft zu vergrößern und sozusagen zwei, die Peter Neumann auch nennt, sozusagen Mohamed Hitchab, der in England 1,2 Millionen Follower hat und Ibrahim El-Azizi, der 600.000 Follower in Deutschland hat und deren Botschaft ist, Nicht-Muslime zu überzeugen, dass sozusagen der Islam die richtige Religion ist und ganz einfache Fragen zu beantworten. Darf ich das? Darf ich Hose tragen? Muss ich fünfmal am Tag beten? Also was ist der Hintergrund? Was auffällt, ist sozusagen, dass die neue Generation eigentlich keine Ideologie mehr hat. Also sie sind nicht geprägt von der Ideologie, wie man es vielleicht früher gewohnt war, dass wenn jemand ideologisch geprägt ist, sozusagen seinen Weg auch kennt, sondern sozusagen sind Teilzeitideologen, Ideologinnen und sozusagen machen das manchmal so, manchmal aus Überzeugung, manchmal nicht, also so auf die Art, man würde es nicht mal einordnen können und es kann durchaus sein, dass man vom Dschihadismus dann in den Rechtsextremismus wechselt. Also von dem her auch das etwas, was mittlerweile auffällt. Der DSN-Direktor, der sozusagen ein, glaube ich, gutes Zitat für diese TikTok-Dschihadisten geprägt hat, ist, was da passiert, ist mehr Gewaltfantasie als Ideologie. Also das heißt, ich bediene mich halt einer Ideologie, weil es gerade dazu passt, aber ob ich überzeugt bin, muss ich gar nicht. Etwas sozusagen, was bei uns noch aufschlägt und was zeigt, dass etwas, was wir glaubten, eigentlich schon vorbei zu sein und noch immer einen Widerhalt in der Gesellschaft findet, ist die Eiernockeln mit grünem Salat am 20. April zur Glorifizierung von Adolf Hitler. Auch das ist etwas, was extrem zugenommen hat und wo man merkt, es verbreitet sich und man steht auch dazu. Man macht es halt sozusagen nicht mehr ganz offenkundig, aber auch das ist etwas, was mittlerweile Familienväter und Familienmütter teilen. Ja, Literaturempfehlung, die ich Ihnen mitgeben möchte und ich habe Ihnen gesagt, Julia Ebner, Peter Neumann, Ingrid Brodnig zu Hass im Netz, die die erste auch im deutschsprachigen Raum war, die sich mit dem Thema beschäftigt hat, um ein Potpourri an Extremismusforscher, Forscherinnen auch darzustellen und die sich gerade mit den aktuellen Themen auseinandersetzen. Ich glaube, das ist das Wesentliche, momentan genau hinzuschauen, diese Sachlichkeit zu bewahren und sozusagen zu wissen, wer steht dahinter. Und wenn ich meine Naivität ansehe, weiß ich sozusagen, dass ich mir öfters nichts dabei gedacht habe und es sehr wesentlich ist, sozusagen diesen Blick zu haben, zu bewahren. Aber wenn man in die Diskussion tritt, auch in dieser Augenhöhe, wie Anita Zigerhofer das gut gesagt hat, in dieser Augenhöhe zu diskutieren und sozusagen versuchen, die Menschen ernst zu nehmen. Auch das ist etwas, was meines Erachtens noch in der Corona-Pandemie abhandengekommen ist und das sehr wichtig ist für einen Zusammenhalt in der Gesellschaft, dass wir noch miteinander reden können, miteinander diskutieren können und sozusagen auch verschiedene Standpunkte haben können, aber vielleicht gemeinsam für liberale, demokratische Gesellschaft einstehen, die sozusagen einen Konsens hat, nämlich keine Menschenfeindlichkeit zuzulassen, aber jegliche Ideen, die im Kopf passieren, gerne im Kopf bleiben zu lassen. Danke herzlichst. Danke.